So, es gibt doch nicht schöner Rassortzgeister. Ja, total. Nennen Sie Tables. Vor allem, scheiß Foto vom Geist geht mir vielleicht auf den Sack, ja? Thermometer, die Mitgliedszeuge eines Geister-Events und Gruppen und auch alleine. Ich nehme wieder die Geisterbox. Dann nehme ich das Thermometer, ja? Nimmst du die EMF mit? Ach nein, ich habe gerade gesucht. Hast du einen Schlüssel? Nein. So, achso, muss ich kurz gucken, Aufnahme läuft, alles gut. Ach, das ist das andere. Ich sehe das Thermometer nicht, weil ich deinen Kopf davor habe. Ginge gerade eine Tür? Aber keine Temperatur. Genau hier. Das ist ja auch klar, wo du so was bist. Das ist das EMF weg. Immer dieses Licht wieder ausgemacht? Ja. Ach nee, das ist das Draußenlicht. Hä, aber ich habe keine Temperatur dort gehabt. Vielleicht oben. Hier auf dem Gang. Zehn, elf, zwölf, dreizehn. Wo waren die Zehner? Ich weiß nicht, wie ist sie hier? Der Küche ist gerade. Die ist irgendwo hier bei mir im Turnier gerade gewesen. Hier ist ein Führer, hier auf dem Gang. Elf, zehn. Na ja, hier war ein 9,7. Alles klar, sie ist hier auf jeden Fall im Gang. Muss man eine Kamera aufstellen. Warte kurz. Warte kurz, dann komme ich mit der Geisterbox. Bist du hier? Bist du da? Bist du hier? Bist du da? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Nö. Also wir hatten unter 10 Grad, aber keine Gefriertemperaturen. Geisterbox hat sie jetzt nicht reagiert. Dieses Buch noch. Hast du Kamera positioniert? Ja. Okay, cool. Aktivität war bei 3. Ähm, ich nehme mal das Buch. Und ich nehme eine Kamera mit. Nimmst du das, äh, den Fingerabdrucksensor? Hab ich. Cool. Aber die war ja am Gang, ne? Ich denke mal ja. Wobei ich dann nicht sicher bin, weil sie tausend räumt. Okay. Kann ja hier verkleidene Raum sein. Schreib in das Buch. Schreibe in das Buch. Schreibe in das Buch. Kann ich den Handabdruck machen, Alter. Ich wollte die Kamera machen, aber da hast du eine. Ich hab eine. Du darfst denen. Du musst mir nur sagen, wo der Handabdruck war, weil ich das hab das nicht gesehen. Wo? Wo ist geschrien? Warte. Nimm meinen Kopf weg. Sag's, geh mal weg ein Stück. Wo war der Handabdruck? Hier. Hier. Okay. Ich hab so Hunger mit allen Beweisen. Haben wir? Was hatten wir denn jetzt? Fingerabdrücke? Ehe mit 5. Ach, Ehe mit 5. Fingerabdrücke. Und Geisterbuch. Revenant. Ich guck mal kurz wegen den Fotos. Wir haben Interaktion, Fingerabdrücke. Das haben wir beides jetzt. Bisschen mit dem Reverent so. Ich bin wirklich aggressiv. Attackiert heftig und wahllos. Gut, dann müssen wir ein Foto machen, ne? Oder was haben wir denn noch für Aufgaben? Ja. Ich guck gerade. Foto vom Geist und Raum unter 10 Grad. Habe ich doch gehabt. Anscheinend nicht. Oh, wo ist denn das Thermometer jetzt hin? Das habe ich vor der Tür liegen lassen. Ich würde nochmal oben gucken wollen wegen dem Knochen oder so. Hast du gehört? Ja, wacht das. Ich guck mittlerweile unten. Ähm, nimmst du deines Thermometer mit? Ja. Das liegt hier vor der Tür. Weil oben wird es ja nicht kälter als 10 Grad sein. Wenn du den Knochen siehst, sag Bescheid. 4 Grad. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ja. Ich guck nochmal nach, ob es geklappt hat. Dann sitzen wir schon mal rein. Ne, bleib mal drinnen schön. Alter. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, ist analytisch. Aktivität ist bei 5. 1. 2. 2. 3. 5. 5. 6. 6. 5. 7. 5. 6. 6. 6. 8. 6. 8. 9. 9. 9. 10. 9. 11. in den schubladen wird ja wohl keiner sein ok müssen wir unten gucken hast du schon ein foto vom geist und mal legen es rum ist nichts Nö, ist ja nichts. Alter, du mit deinem Schränkeaufgemache, da ist er nicht. Der liegt nicht im Schrank. 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 Das kann sein. Da haben wir noch keinen Schlüssel für. Letztendlich kann ich da drauf verzichten, ne? Soll ich dir so bis es ist? Könnte höchstens hinten in dem Raum vielleicht sein. Dann gucken wir noch mal. Warte mal, lass mal ganz kurz gucken, wie wir unsere Sanity... Hast du einen Fotoapparat dabei? Ja, ne? Ja. Okay, cool. Ach so, der ist ja, der ist entspannt jetzt da. Der ist tiefenentspannt irgendwie. Hä, warum hab ich jetzt weniger Sanity als du? Seltsam. Hm, egal. Hm, egal. Ja. 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 Ich mach mal hier die Sicherung wieder an, ja. Ja. Jetzt hat's grad bei mir geleckt und ich dachte das wär irgendwie ein Geistergewert. Nö, also hier ist nix. Kein Knochen. Nö. Also zumindest seh ich keinen. Hast du das? Nee. Nee. Wenn du das willst. Nö. Daxa? Ja. Okay, es ist vorbei. Hast du auch hier im Keller irgendwo im Eck gehockt? Ja. Also Knochen finde ich hier keinen. Ich weiß nicht, wo hier einer sein soll. Ich weiß schon. Noch zwei, drei, vier. Warte mal, wenn wir oben lang gehen. Vielleicht sehen wir da nochmal. Ja, Mama. Ja. 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 Was ist da los? Drau dich! Zeige dich! Rat, ich gucke. Oh, es flackert schon wieder. Zum Glück habe ich mich dort hingestellt. Habt ihr rausgekommen? Ja. Ach, der hat jetzt die Tür vor dir zu gemacht? Ja. Machen Sie ein Foto vom Geist, ist abgeschlossen. Jawohl. Cool. Guck mal unsere Sanity an, ey. Wie die Assis beide unten im Keller gehockt. Was ist das? Das war aber jetzt ein Mann, ich glaube. Was? Ich sehe auf dem Foto leider gar nichts. Ich habe ihn bloß im Ohrenwinkel gesehen gehabt, dann habe ich es da ausgelösten gedrückt. Ach so. Oh, hm. Ja. Wie lustig, wie da bei dem Keller hocken was. Aber der macht da oben noch ein bisschen Licht, ne? Ja. 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 Da habe ich mir aufgefallen, wenn du genau in der Tür stehst, wenn die Tür zu geht, schiebt es dich mal raus. Okay, das ist cool. Das habe ich mir gemerkt schon. Und das nutzt man jetzt ein bisschen aus, indem ich ihn provoziert, dass er sich zeigt wie jetzt, ne? Ja. Dann will er mich jagen und schiebt mich selber aus und selber raus. Was? Ich fand es halt jetzt krass, wie wir unten bei dem Keller hocken und du hörst ihn oben trampeln. Ja. Das war jetzt irgendwie schon ein bisschen krass. Ja, cool. Außer den Knochen, den haben wir nicht gefunden. Aber wir haben jetzt wirklich geguckt und... Du kannst gerne noch mal reingehen, den Knochen suchen, wenn du das so in der Tür ist. Ne, ne, alles gut. Hast du mehr Tv? Von daher. Meine steigt jetzt nur schneller, weil ich im Licht stehe, im Gegensatz zu dir. Ich bin halt ein Schattengewächs. Ja. Kann man abhauen. Ja. Wann mach? Ich muss mal kurz bei dir noch Fieber messen. Du bist so heiß wie ein Milkan. Tschüssi! Nancy, tschüss! Willkommen zurück. Willkommen zurück. I've got some jobs ready for you. Ja, cool. Vielen Dank.